So, und da sind wir in einer neuen Folge Borderlands 2. Der Timer läuft jetzt auch gut, ich steig mal aus. 160 Erfahrungsmuster. Und für kurze Zeit weit leben mein Lebens-, äh, mein Erfahrungsmuster sind wieder voll. 13, ja. Ne, der war jetzt eben so vollgepackt auf einmal. So, na dann. Drüben ist noch so ein Ziel. Oh, ich geh mal hier hoch. Elite Marauder, verpackt. Alter, wie viel hält denn der aus, bitte? Oh, jetzt ein Golliard! Du? Nein, der Enkel Marauder. Äh, ne. Der, äh, Golliard. Hier ist ein kleiner Golliard! Echt? Zwerg Golliard. Sowas gibts. Ja, Alter, der ist fett. So, und Schild müsste gleich wieder kommen, ja genau. Oh, das ist so geil, äh, ich glaub, ich werd dieses gelbe Schild. Geil, tot. Hast du irgendeinen Gegner, den du töten kannst? Äh, aber ich krieg ihn nicht tot, glaub ich. No, 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 no. Ja, weißt du, bei mir ist halt sofort das Schild wieder voll, das ist so geil. Aber das andere Schild ist auch geil, dass es Nova macht. Ja. Musst's mal ausprobieren. Ne, ne, bei mir ist ja so, ich bin ja Fernkämpfer, das heißt, ich stehe ja in der Entfernung, da bringe ich mir eine Nova eigentlich gar nicht. Wenn sie sich dann überrennen, aber. Ja, aber da bringt man halt eher in der Entfernung, bringt man halt eher das, was ich jetzt habe. Neul, guck mal, wo ich stehe. Das ist mal ne geile Sniper-Position. Ja, also mit ner Rakete so'n Ruf und so'n Kind zu treffen ist, glaub ich, ein bisschen schwer. Geht. Es gibt zielsuchende Raketen. Später dann. Schnapp dir einfach das Zeug! Du hast keine Zeit nachzudenken! Wenn du nachdenst, wirst du tot! Ja, merke ich, dass du tot bist nach vorne leuchtet. Oh, bist du letzter oben tot? Drückst du's auf die Reihe? Oh, ich treffe dich mal. Ich muss dir unbedingt einen extra Arm bauen! Du für High-Fives! Ah, ich war's. Komm, 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 komm! Auf einmal war ich tot. Damit ich so komplett... auf einmal. Ganz plötzlich. Und dann kommt Julio. Alter, der macht den Uppfahrt gegen die, Alter! Wer? Mein, mein, äh... Death Trap. Doch ich bin schon wieder tot! Es tötet mich denn hier immer zu. Ich komme gleich. Soll ich mal runterhüpfen? Ich habe dir einen Dekropp. Ich habe dir einen Fahrzeug-Skin... Ich habe dir einen Fahrzeug-Skin... Äh, muss ich mich mal haben? Den schon. Da! Ich habe mich mal gesnipen. Ich habe mich mal gesnipen. Beste. Und dann, Let's go. Was mit dir wollte ich meinen Garten düngen? Ja, genau. Badass, Goliath. Der tötet gerade alle anderen. Guck mal, den Kopf mal abreißen. Ach, der ist schon den Kopf abgerissen. Munition wäre vonnöten. Munition wäre vonnöten, hat meine jetzt gerade gesagt, ey. Ich habe mir gesagt, keine Munition mehr. Siehst du, bei mir sind nicht wieder auf Sprüche. Oh, da. Wölten tot. Och. Komm ich ja hoch. Gar nicht. Wölten tot. Wie viel Leben hast du? Ich habe mir gar nicht gewaltt. 8-9. Wie viel? 8-9. Wie viel hast du zum Standard? Ich hab 400. Komm da. Ah Racketen verschwenden Ja ich öffne mal die Kiste Jawoll eine neue Basuka, die macht 1000 Schaden Meine macht 3x500 Boah ich hab die jetzt Gut Schon hab ich auch wieder neue Raketen Das ist immer cool Dreh jetzt nicht durch Du hast das Ding hochgegangen Alter Lass knacken mit den Packen Lass knacken mit den Packen hast du grad gedacht Ja hab ich doch gehört Jetzt tränke jawoll ich bei nichts mit Treibstoff Und kauf dir die Basalle Hast du ne Feuerwaffe? Ja äh ne Ne hab ich nicht, ich hab gar keine Feuerwaffe Gar keine Elementarwaffe Wieso brauche ich das? Wieso brauche ich das? Weil jetzt nackte Leute kommen Die kannst du ne geil anziehen Guck mal ob ich sowas in den Tag habe Ja meine alte Basuka die hätte sowas Mh egal Schon wieder kein Leben mehr Geh mal da hoch Ich hab's wieder fast runter geflogen gell Wo runter geflogen? Den Hang hier Was für'n Hals Sie haben mich rausgeschmissen Weil sie mich für'n Penner halten Das dürfte sie aufgescheucht haben Jetzt ist Schluss mit eurem lahmarschigen Zeitlopenvolley Weil ihr Arschgesichter Los! Samenstreue mit Genoss! Scheiße! Das sind die Typen die mich rausgeschmissen haben Leg sie um! Leg sie um! Soll ich jetzt noch verdorgen Guck mal Diese Trottler hast du ordentlich eingedost! Komm zurück! Bereitmacher für Aufbeiß Voll mit dem Kopf gelandet alter Komm mal her Och jetzt ist das Blut weg Da war jetzt übel so Pfütze hier Und der ist hier gelandet Übel so mit dem Kopf alter Und der hat sich gerufen Bereitmacher für Aufbeiß Und dann bumm Können wir erst mal abliefern Machen wir unsere Autos hingestellt Keine Ahnung, ich will mir einfach ein neues hier zum Catch-a-Ride Stimmt, die kriegt man sowieso nicht mehr aus der Hütte hier raus Ja Und goodbye Ich spawne gleich mal zwei Ich spawne gleich mal zwei, ne? Wann die Technicall Lightrunner Wann die Technicall Wenn du zu viel Gas gibst Dann bist du hier richtig Och nein! Wann die Technicall Wann die Technicall Vier oben rein? In das Geschütz Wann? 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 der anzuprobieren müssen bei dem gaylord ich kann ja nichts geben so es hat mir gegeben es sind die oder um normale Schottke erneut die Sturz das bei Kreise also ich erst entgegen er ist nicht wir hatten die gewollt wie viel ist die Welt 145 hey geil weil ich die teurer zeig mal ja hier ist der Mentor ja hab ich gedrückt und du bist in deinem Auto dann geht das nicht du hast irgendwie kein Leben ne ich find mir mein Leben kaufen keine von den beiden die hier ja bei mir war die viel billiger ja wo kann ich mir leben kaufen gibt es hier nicht ne hey Leute meine Maus ist leer geil ähm hinter einem PC ich nehme mein Headset mit so na 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 treibt Beschuss Magazin Größe 3 wie für so so dann mach mal den Akku dann holst und den leeren so 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 hab wieder ne Maus hey was hast du jetzt gemacht? Akku getauscht achso weil ich hab ja hallo achso der zweite Akku der hat ja irgendwie so'n Schaden wacke wacke oh Gott ne oder jetzt der eine von den zwei Akkus der hat irgendwie ein kleines Problem ich weiß nicht der reagiert nicht immer gleich weil bei der Red 9 sind ja zwei Akkus dabei hä ich bin im Schützenplatz drück c ja hab ich immer so dann mach mal mal unsere Hauptquest weiter ne jo nitro schwer schluss Skopter so gut wie wie geil das bei mir grad ah der ja so gut das Teiler läuft noch ich dachte nämlich schon der ist stinkgeblieben so Nacho hupen hm 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 ja klar Ganz klar mal losballern wenn man drin ist hm leu rant elcome ich hänge ich hänge wo ich mich aus weil ich bin komplett nicht das hat Respekt für Robots voll in die edlen Teile toll und ich hab kein Leben was ist er denn? Batman? Batman Och ne haha wenn du die tötest, kommt die Runde das ist eine fröhliche Zwerge Bazooka, Bazooka ja geil, wenn er so nachlädt, dann explodiert sie wieder ja geil ich glaub ich bin tot das ist eine blaue Waffe ja was ist denn das? der Shotgun das ist ein geiles Rad hier so mit den Patronen du wirst dann bald mit den schlimmsten Gegnern im ganzen Spiel vertraut werden da freu ich mich immer drauf also den nervigsten ja nachladen sogar mal ab ja die geht ab hä? so Alter was ist das denn? das Messer ist ja größer als die Pistole was? bei mir warte mal zeig mal das ist schon vorbei zeig mal ich ich achso warte ich ja ladebildschirm aber wenn Roland etwas zustößt sieh zu dass Roland nichts passiert soll ich mal Munition einsammeln bevor wir welche kaufen oh Raketen ich muss Raketen hier kaufen ja geil wir können Raketen kaufen ich hoffe du bist geimpft ja klar bin ich geimpft geimpft hier gibt es zwei Sachen für Mikro-Menser warte mal wo? lebt wohl mein Freund ach geh doch da an warum braucht man eine Approbation wenn man Stil hat ne und dann dein das für ein Assassinen hier das ladegeschwindig und Schildkapazität ja lol ich hab ein Artefakt gefunden um das Schild ist aber auch geil lol was? ich hab ein Artefakt ja das ist das ähm Afterburner für Artefakt boost ladegeschwindig boost ladeverzögerung boost fähigkeit das ist doch aber nur beim Auto oder? ja das ist doch scheiße ey wir hast aber noch kein anderes also außer das was von das seltene Beute 5% soll ich dieses ähm Premiere Club oder wie das heißt nö das ist mir eigentlich schon egal ich behalte das mit dem Besonder ich hab mich jetzt einfach vor so'n Nomaden hingestellt und einfach so ich guck für was dich durch ihn anschaut sie haben versucht Roland zu erledigen seit er sie aus St. Gerry vertrieben hat Ich muss ja gar nicht dauernd klicken bei der Sniper Läufer zu leben? Deine scheiß Nova nervt, ey. Ich find das geil. Zu wenig leben. Ich glaub ich nehm jetzt das andere Schild, weil bei mir ist halt so, das Ding hat fast keine Schildkapazität. Ich hab jetzt auch das Nova-Schild. Das Knacken mit den Packen. Das Knacken? Was ist denn ein Dooser? Ein F-Pf-Pfleger? Oh fuck. Hallo, ich hab ihn. Hallo, hallo. Halt still. Danke sehr. Alicato. Ja, genau. Oh, das ist so geil. Ja, meine Nova hat wieder was gemacht. Ja, so geil, ne? Oh fuck. Ja, ich hab kein Munition gekauft vorhin. Ja, genau dann, wenn ich die Rakete schießt. Wie geht's weiter? Bah. Fuck. Schieß weiter. Voll ins Gesicht. Oh Leute. Meine Nova hat wieder alles erledigt. Ist geil, oder? Was war das? Das war meine Basuka, die nachgeladen hat. Das war meine Basuka, die nachgeladen hat. Ich komm zurück. Lass uns endlich verhandeln. Wie geil! Meine Basuka! Hast du auch mit einer geschossen? Ja, gerade. Ah, Bungie-Turret, ja. Jetzt bleib ich einfach mal kaputt, so. Ich hab was geschafft! Ich hab was geschafft! Noch nicht, noch! Aufpassen! Zollt der Horror! Ich hab's nicht du sein, wenn du ja. Ich bin ein Feinde. Sie ist nur direkt in der Hinterbie. Ich brauch ne neue Sniper. Hier liegen zwei, drei Schilder rum. Bei mir! Ja, ich sterb gerade fast. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Lauf bei... Und diese Grämsen Raiders sind in Nullkommanix tot. Ja, Sniper brauche ich ja nicht, äh, äh, Schild brauche ich ja nicht wirklich. Ich brauch ne Sniper. Unbedingt. Weil ich meine, der jetzige ist zwar cool, aber die schaden mehr. Komm's dann. Gut. Dann gib mal das ganze Zeug, ja. Ja, welches Zeug? Nee, ich hab nur gefahrt, die ganz viel Zeug. Ne, ich hab nur gefahrt, die ganz viel Zeug. Ne, ich hab nur gefahrt, die ganz viel Zeug. Was geht mit deinem? Was ging mit deinem? Was ging's gerade ab, Alter? Gell, das schildert die ganze Zeit. Warum? Wenn du Roland rettest, haben wir vielleicht eine Chance, Jack aufzuhalten. Ach Leute, meine Sniper ist jetzt nicht so ganz der, soll ich dich heilen? Nein! Aber jetzt ist's ja noch! Ja, ich hab doch gesehen. Ich hab ja schon so gesehen. Ich hab ja gesehen, wie ich sie jetzt ein Unterstützung machen konnte. Ja. Ja, ja. Ich hab ja gesehen. Ja, 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 ja. Ja, ich hab ja gesehen. Wie geht das hier ein Schild auf dem Magazin Club. So, nochmal erst mal Pause? Ich hab ja nie mit der ersten Pause. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn es heißt, Let's Play Borderlands 2. Bis dahin, tschüss! Tschüss!